Ja, willkommen zurück zu Surviving of Isaac. Diesmal ein Run mit Eve. Lange nicht mehr gehabt. Mal gucken, was hier alles so wunderbares passiert. Zum Glück sind wir in der Basement, weil in der Basement da sind die tollen Sachen immer drin für Eve. Lüg. Nein, ähm... Ich versuche einfach Eve zu weit wie möglich zu kommen. Ich hoffe hoffentlich zu Kiste hin. Und sehen, Herzlars bringt uns sehr, sehr weiter. Wo muss ich kurz... Zweckfass Dagger. Ja, das führt so ein richtiger Emo ran mit Eve. Nix gegen Emo. Ich mag Emos und gut essen. So, aber eine trotzende Bombe wäre nicht schlecht für den Stein, weil Eve braucht ein bisschen Damage. Aber springen in mein Messer hier. Jetzt lass ich richtig in mein Messer reinspringen. Egal die Angel, wenn du noch nicht schlecht gewesen bist. Jetzt sind noch so Rundspinnereien, ne? Noch eine Münze. Oh, ich brauch Schlüssel. Äh, Bombe. Na, da ist die Bombe. Ach, ich mich treffen würde, so. Ach, nur einmal noch. Ach, verdammt. Egal. Doch, ne Münze. Ne, ich krieg keine Bombe, wie das so aussieht. Schlecht. Einfach pures Anlack hier. Anlack, kein Glück, besser gesagt. Bad luck. Ne, nur eine Münze. Oh. Ach, Spiel. Oh, hallo, Famine für Keep of Meat. Ja, bleibt mal so. Oh, genau. Oh, genau. Vielleicht mal so. Okay, okay. Jetzt wird ein bisschen haarig. Und auch nicht. Oh, komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Komm her, du Famine. Ja, gleich. Hate macht, genau. Also, es wird ein guter, passiver Verteidigung-Run. Mit Zwecke als Dagger und, ähm, Keep of Meat. Nur, wenn ich hier Level 2 kriegen würde. Das wäre auch nicht schlecht. Also, einen zweiten Keep of Meat. Und weiter geht's mit keinem Schlüssel, mit keinem Bomben. Ich hab so derbe Bomben. Keine Ahnung. Krieg einfach keine Bomben, oder Dings mehr. So, in der Bards Shop kann ich eh nicht rein, weil ich keine Schlüssel habe. Ich brauch einen Schlüssel. Ich brauch so alles momentan mit Eve. Und das ist schrecklich. Sehr, sehr, sehr schrecklich. Wir haben Penny. Okay. Vier Bomben, ne? Ja, in der Tat. Gut. Hättest du mal auf eher erscheinen können. Einen Raum eher. Oh. Das war knapp. Komm mal her, Spinne. Genau. Oh, nein. Du sollst nicht in mich hineinspringen. Oh. A Cade Room. Aber ich glaub nicht, dass ich irgendwelche im Club habe, irgendwas zubezubekommen. Außer vielleicht eine Münze wieder zurückzubekommen. Taro-Karte ist der Sun. Oh. Okay. Äh, bleib ich mal so. Vier Bomben ist gut. Aber ich bräuchte noch einen Schlüssel. Das wäre ein wenig besser. Okay. Da ist nix. Auch nix. Da ist was. Gut. 27. Äh, 27 Münzen und kein Schlüssel. Das ist gut. Gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Jetzt den Schlüssel. Äh, Shop oder Dings. Bomben ist. Bomben ist. Bomben ist. Jetzt habe ich doppelste Möglichkeit, Bomben zu kommen. Okay. Eine bombige Stimmung hier zu machen. Da habe ich schon gebombt. Dann vielleicht hier noch. Da ist es. So, das erste Gobby-Item. Glück und Unglück. Keine Ahnung. Außerdem, was macht es denn? Hallo, Red. Ja, ich weiß. Hätte ich nicht machen sollen. Spuck mal Späne raus, genau. Ach, Friends, the end machst du das. Okay. Da fehlen mir nur noch den Schwanz und den Gobby-Paw. Genau, Vogel, mach die fertig. Mach den hier. Schnell weg. Das Paket. Jetzt schon das Polaroid. Aber noch ein Schlüssel. So, Fool. Fool. Fool-Helf, okay. Hm, jetzt schon das Polaroid. Bramstone oder das Parked? Können wir einmal versuchen. Oh, ein Trinket-Item. Cool. Walls of Steel. Okay. Das war ein bisschen luck gewesen. Muss ich ehrlich zugeben. Oh, ich hab Bramstone nicht so gern eigentlich. Aber noch gut. Fert ein kurzer Run. So, dann nehmen wir das Polaroid noch mit. Dann nehmen wir noch die Sun-Karte noch mit. Auch nice. Karte kommt. Okay. So. Scheint ein bisschen so gefix worden zu sein wieder. Das ist sehr nice. Oh Gott, ey. Das ist ein Blue Baby im Run mit Beef. Oh, das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. So. Hallo, Boss. Atlas Horseman. Oder Atlas. Irgendwas. Oh, das ist nicht gut. Ja, und lass es sich das Problem an, äh, Dings, Blimstone momentan. Oh, das war knapp. So. So. Geh mal Kopf weg. Danke sehr. Und ich krieg das Pferd. Oh, Gott. Schwarz, 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 wie die Nacht hier. Und das ist nice an, äh, Blimstone eigentlich. Komm mal her. Ja. Ja, das ist das Problem an Blimstone. Es ist aufgeladen, aber du kannst nicht schießen. Ja, kann ich an die Miesenstöße heran? Hallo. Äh. Ah. Am Schluss möchte ich schon ganz gerne ran, ne? So gesehen. Das war nicht gut getroffen. Ach, Zitrone. Ach, nein. Das haben wir auch schon mal einmal aufgesammelt. Oh, ja, 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 aufkommen hin. Ach, das ist Probeeron E-Fail. Das wird noch richtig, richtig übel. Hm, hm. Ich muss ein bisschen konzentrierter sein hier alles. Also, da gehe ich in den Shop rein, also ich kann mir eh nichts kaufen. Aber ich kann mal nach diesem super geilen Ausgang da, ähm, Geim versteckt gucken. Der ja so awesome versteckt ist. Der vielleicht. Auch nicht. Okay. Wo könnte er sein? Ja, okay. Ja, komm. Eine Träumaschine. Kann man ja nicht anders sagen. Nehme ich das Pferd erstmal mit. A Pony. Oh, jetzt ist es wieder so schwarzmalerei. So, reloaded. Ach, komm. So, danke sehr. Hm. Okay. Hm. Ich gehe trotzdem mal in den Shop. Na, für den Schlüssel. Okay. Hat sich gelohnt eigentlich. Ey, besser geht's da nicht. Ungefähr. Oh, nee. Dann muss ich lieber so bleiben. Ohne Pille. Wo ist das Stil? Okay. Also, wir wollen mich irgendwie halbwegs sterben sehen. Ja, solange ich in diesem Dingsform bin, dann ist das alles in Ordnung. Und dieses Zeufelsform da. Wow. Okay. Bomben. Noch mehr Bomben. Bomben, Bomben. Äh. Auch nicht. Hallo, Creed in Shop. Oh je. Oh je. Was? Wirklich? Hat er mich noch getroffen? Kann er nicht so angehen. Okay, was haben wir denn hier? Tears up. Ja, super. Brauche ich nicht. Ja, ist nix. Okay. Okay. So, okay. Und hier. Ah, zack. Monster Tooth. Nein. Hm, 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 hm. Gleich lieber my friends to the end. Ich bin mir mal gespannt, wenn ich nicht über den Teufel gemacht hätte. Oh ja. Oh ja. Hm, hm. Uh, das hat... Was? Wirklich? Okay. Normal T is up. Oh, hätte ich Frames noch nicht benutzen sollen. Aber im Kurs ist es ja egal. Ach, ich hasse das. So, okay. Machen wir jetzt runter. Und... So. Ach. Wirklich, kann ich ihn nicht so töten. Hm, 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 hm. Können wir auch rum. Ah, ich will einfach nicht gut mit dem Filmstorm. Oh, das ist so ein Problem. Oh, je, je, je. Oh, je, je, je. Können ist, nein. Können ist, nein. Nein. Ja, 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 ja. Hm, hm, okay. Ich will einfach mal hier stehen. Da kann man ja piep. Da kann man ja piep. Aufpassen. Und jetzt... Und jetzt... Wakt er wieder krass rum. Der Braemstone. Ja, ja, ja. Wunderbar. Ja. Ich kriege einen Help ab. Okay. Schade. 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 Für drei Dings. Ist ok. Ist ok. Ist das so schön. Es geht. umb,mb,b,b-b,bumpenstimmung Hier sind nur guten bombenitemen. oder irgend so was in der Art Okay. Nicht gut. Noch mehr Bomben für mich. Oh, komm mal her. Nein. Wo ist der alte Raum? Wo ist der alte Raum? Wie nervig war der denn, bitte? Fails, ich hab Fails. Nein. Oh, Gott, ey. Wirklich? Wirklich? Oh, ja, 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 ja. Ja, spreng mich rein. Und deswegen hasse ich solche Gegner. Gut. Weg mit euch. Es ist kein guter E-Fran. Es sieht zuerst alles gut aus, für gute solide Verteidigungs-Items, aber auch jetzt so. Na, das ist ja eher so mehr. Mehr, mehr, mehr. Bomben ist gut. Ähm. Bam, bam, bam. So. Der alte Raum müsste unten sein, dann. Das ist okay. Aber nicht so solche Räume, bitte. War's wirklich? Okay. 31 Bomben. 32 Bomben. Das ist ja wieder so eine Zeile, wo du dich selbst schützen kannst, wieder von Tode. Ich glaube, ich komme nicht weit mit Eve. Oh, ja, 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 ja. Jetzt sind wir fast wieder beim Standard wieder zurück. Fehlt mir nur ein Health-Upgrade. Und das ist immer wieder beim Startausgang. Oh, Loki. Da habe ich ihn mehr gesehen. Wie geht's dir? Oh, das Teil nervt. Weil genau in deine Richtung, wenn man geht. Oh, ja, ich werde getroffen. Aber bei einem Herz funktioniert das schon, okay. Ich dachte, er war bei einem halben Herz. Ach so, nee, okay. Ach nee, ich... Dings. Oh, okay. Oh, ja, 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 das wird knapp. Mhm, mhm, mhm. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Mhm, mhm. So, der könnte mich töten sofort. Okay, abgewehrt. Äh, okay. Oh, sehen jetzt, okay. Äh, okay. Äh, Catacross hat mir einfach, äh, mich wieder geschützt, okay. Ähm, fällt mir jetzt gerade wieder auf. Ein bisschen. Oh, 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 oh. Ich bin voll der Luft. So, und so. Weg mit dir. Noch ein Sehen jetzt. Das ist okay. Okay. Mhm, 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 mhm. Ui, ui, ui. Okay. So, wunderbar. Machen wir das halt so. Nochmal, Creed. Sechzecken form. Möglich. Okay. Okay. Oh, komm, Vogel. Mach du mal was. Oh. Ich hätte mir echt das Pack nehmen sollen, ne? Jetzt wirklich vorankomme ich auch nicht. Doch, jetzt aber. Oh, weg mit dir. Wunderbar. Danke sehr. So, mehr Bomben ist auch okay. Aber nicht so. Der war okay. Wie okay? Ace of Spades. Nein. Portable Pupback. Ja, super. Kannst mich mal. Donnie ist der Haus today. Nein, ich muss ja gleich noch einkaufen. Zum Glück kann man sich noch bewegen, wenn man das hier macht. Danke sehr. Copy, Paste, Boom. Oh, Rainbow, Baby. Okay. Okay. Okay, ich sag nix dazu. Komm mal her. Stirbst du auch mal. Okay. 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 So, weg mit dir. Ach, da komme ich nicht. Run. Das ist dumm. Alles so ein bisschen so lalala. Danke sehr. Noch eine Bombe. Okay. Copy, Paste, Boom. Habe ich gerade nicht aufgepasst. Oh, das ist gut. Das ist wirklich gut. Gut, gut, gut. 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 Man hat ja nicht immer rummeckern, was man nicht so bekommt, aber das ist kein gutes Item. Du klapsst. Okay. Okay, das war es jetzt auch. Oh, komm, Pief. Ja, wenn man so viel riskiert, ne? Oh, das war knapp. Boah, Pief, ey, du musst eigentlich schon nichts tot sein. Danke sehr. Die Bombe möchte ich noch haben. So, ein Heimserz. So, für die Bombe. Jetzt muss ich Herzen fahren. Burn Penny, no. So, Schlüssel ist auch sehr nett. Fliegen, liebe, okay. Lack ab, ja, komm. Hier weiß es, was Lack ab ist. Einfach mal nicht das bekommen, was man bekommen sollte. Nur das ist Lack ab. Ja, in der Tat. So, dann schaue ich das auf. Dann das. Die Leiter brauche ich ja eh nicht mehr. Ne, ich nehme mir jetzt die Sandkarte. Ja, kriege ich mal. Ne, mein Lack ab. Nichts, okay. Nein, da freue ich mich eigentlich aufsammeln. Ah, ich habe schon die Krähe. Oh, ich habe schon, das sind das, was. So, noch eine Bombe dazu. Das ist sehr schön, dass die Bomben keinen Gift-Effekt haben. Also, Bob Curse. Aber egal. Mal gucken, wie weit ich komme. Oh, ich glaube ja nicht sehr weit. Nein, nicht sehr weit. Ne, ne. Okay, doch. Es geht mal her. Ich habe nochmal das Polaroid. Brauche ich nicht. Und dann weiter geht's. Oh, das wird knapp. Natürlich Curse of Darkness. Wie soll es da anders sein? Wie soll es da sein, dass ich immer Fecht habe? In Oto. Otero. Oh, ja, 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 schon da. Cairns. Oh, Mann. Wie funktioniert das eigentlich? Wie soll es da sein? Nö, weiß ich nicht. So. So, weg mit euch. Und weg mit dir. Danke sehr. Kurz aufladen. Dann rein. So, okay. Weg mit ist der. Danke sehr. Ich kann hier alles abbomben. Ja. Oh, schon den Schlüssel gefunden. Okay. Mhm. Nix. Nein, da war noch was gewesen. Oh, komm. Wenn ich bis ins Live komme, dann ist das alles in Ordnung. Mein eigentliches Ziel jetzt momentan. Ich darf mir noch einmal treffen lassen. Nee, mehrmals sogar noch. Nee, doch. Einmal mehr. So, wunderbar. Nix mehr. Hier ist ab, okay. So viele Tiere ist auch Pille. Ich glaube, ich hätte Blippsoe noch echt nicht holen sollen. Ach ja. Ich mag Blippsoe einfach nicht. Gut ist. Oh, ja, 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 ja. Mhm. Daily Ski. Nein, danke. Ich habe keine Ahnung, wie weit ich komme. Ich nicht. Das ist gut. Gut, 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 gut. Teratoma? Okay, nur Teratoma. Oh Gott, ey. So viel Spinnen. Wie ich das überlegt habe, keine Ahnung. Cat auf so einen Anteil, äh, Schatz, ich glaube, ja, bringt mir halt gar nichts bei, ähm, Dings. Bei Brainstorm. Halt eure Bomben selbst, äh. So, okay. Ja, das ist ein bisschen fies, aber egal. Hauptsache durch, irgendwie. Danke sehr. So, okay. Okay, 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 okay. Wollte ich Beine aufsammeln. Und dann habe ich nochmal dran gedacht, wow, tust du das? Oh, ja. Brauche ich nicht viel zu sagen, eigentlich. Wirklich. Wirklich. Oh, full health. Schlüssel. Okay, da ist er nicht. Ah. Wieder guter Raum. Muss ich schon so zugeben. Ja, nix drin. Boah. Oh, ja, ja, ja. Da haben wir ein Boss. Okay. Okay. Ein Printstone und Isaac, das kannst du vergessen eigentlich. So. Eieieieie. Ja, jetzt holen sich die Gegner wieder. Das ist ja nicht so prall, weil es ja alles ein bisschen zu sehr auf die Zeit geht. Okay. Die Münze, okay. Oh, die Knights kommt schon. Gut. So, ich habe hier Fliegenliebe. Mhm. Oh, wie schnell das da umgeht. Auf einmal. Rheinland hat noch überlebt. Das ist nicht gut. Halt du vor Fleiß. Sollten wir noch nicht... Ach ja, komm. Ich heiße solche Kämpfe, die in Länge gezogen werden. Ja. So, weg mit dir. Sie hat zwei Natze überlebt. Oh, jeje. Okay. Monstritte ruhig. Danke sehr. Ich habe es. Okay. Okay. So, weg mit euch. Danke sehr. Oh, Gott ey. Es war der Kampf lange. Oh, hallo Isaac. Weg. Horu auch immer bis sein möge. Mhm. Ach komm her. Ja. Einfach riskieren und dann sofort sterben. Mhm. Hm. Oh, hallo Monstro. Ist nicht gut, dass ihr zwei jetzt da seid. Finde ich nicht so gelungen. Die Überraschung... Okay. So, okay. Okay, 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 okay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Oh, Gott. Ich steck mal. Okay. Danke sehr. Pff. Pff. Ich steck mal. Okay. Danke sehr. Pff. Hm. Was soll, ist er eigentlich gefüllt, ne? So. Oh Gott. Warum solche Räume? Warum solche Räume? Warum? Speed Up wäre nicht schlecht gewesen eigentlich. Aufs Gospunkt. Unten ist Isaac. Keine Chance. Da. Da. Einfach keine Chancen. Nee, nee. Eie, 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 eie. Vielleicht doch. Nee, das war's. Na gut. Lange ausgehalten. Ja. Ja, mein Sitz ist die nächste wieder. Bis dahin.